Guten Morgen auf dem Weg zum Frühsport, pünktlich wie immer. So, zweiter Tag, gleich geht's los zum Schiffen. Alle bereit, das Wetter ist heute wieder besser, ich zeig euch mal noch kurz die Apartment aus. Also, es geht hier rein, ganz schön groß hier. Das eine Schlafzimmer sieht so aus, das andere so. Und das ist das Bad. Kranke Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. So, wir sind wieder oben auf dem Kloster San Salvador, gut geballert, Marc war wohl am schnellsten, weil er weiter hinter losgefahren ist und der Ausblick ist schon wieder atemberaubend. Bis nach davor und jetzt dann geht es weiter. Mal schauen, wie es weitergeht. So, wir sind wieder im Niederpunkt angekommen, haben heute 130 km gemacht im 30er Schnitt, das heißt in ein bisschen mehr als 4 Stunden, 4 Schwimbe 20 haben wir die gebraucht. Wie man sieht, kommt jetzt auch die Sonne raus, wo es zu spät ist, weil wir nachher schon wieder da sind. Ich gebe mir jetzt noch eine Recovery, ein bisschen Eiweiß auftanken, dazu noch ein paar Mandeln. So, heute ist richtig was los hier auf Mallorca, weil es ist fasend Samstag. Bei einer anderen fasend, da gibt es Umzug auch auf Mallorca. Jetzt wird es mir extra hergekommen. Wir fahren da mit, Marc. Jetzt kommt schon die zweite Runde Billard. Das geht schon. Ich sehe hier auf YouTube. Wirst du YouTuber? Ja, stark. Check what we got.